Ja, hallo der Micha von Mika News. Ich bin hier, Bechertreffen, Hemmelsee. Wir haben es hier, Freitagabend, den 3. Mai. Und wir machen uns jetzt auf zum Nachtran mit den kleinen Skehlern. Ja, ihr seht, alles bereit. Bestimmt 20, 30 Leute, die hier vor Ort sind und hier zum Nachtran dabei sind. Dort ist Stefan links, der tut kurze Anweisungen geben. Ja, mit Licht, ohne Licht. Ja, mit Licht macht es natürlich mehr Sinn. Wir machen uns jetzt hier gleich los. Ich hoffe, das geht gut. Aha, hätte ja den Plan lesen können. Janik! 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 Satan terronsche. So Terronsche. Boah! Extra schön langsam mitten. Das kling ichweinENE. Ohi! am hemmelsee und hier ihr seht kommt die ganze masse angelaufen zuerst versuchen wir mal wieder aufzunehmen hier ja 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 Es kommt hier eine ganz schöne Kruppe zusammen. Ich föscht das mal an. Also ganz schöne Kruppe hier zusammengekommen. Ich fülle die Kruppe zusammen. Vielen Dank. Vielen Dank. Hör mal! 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 Treffen 2024! Himmelsee Ja! Ich hoffe es hat euch gefallen! Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben! Abonniert gerne den Kanal! Bis zum nächsten Mal! Euer Mika!